Das HiFi Mini System CS245 in den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Braun und Grün-Gelb wirkt durch ihre nahtlosen und lackierten Front- und Seitenteile besonders edel. Mit ihren äußerst kompakten Abmessungen und modernen Farben findet sie in jedem Wohnbereich einen Stellplatz. Die ebenfalls abgerundeten Lautsprecher passend zum CD-Receiver-Design sorgen durch ihre besondere Form dafür, stehende Wellen zu minimieren. Das Zubehör umfasst gedruckte Handbücher in mehreren Sprachen, eine kompakte Fernbedienung, eine UKW-Wurfantenne sowie Netzanschlusskabel, Lautsprecheranschlusskabel und Resonanzabsorber für die Lautsprecher. Auf der Oberseite finden sich Bedienelemente und unter einer Schiebeklappe der digitale iPod-iPhone-Doc. An der Rückseite bietet der CD-Receiver einen UKW-Anschluss, Line-In, einen Video-Out, einen Anschluss für einen aktiven Subwoofer und die Lautsprecheranschlüsse. An der Rückseite beauftragt, den Boden-In, einen An der Rückseite beauftragt, den Boden-In, einen einen Bremsen-In. An der Rückseite bietet der CD-Receiver-Design. An der Rückseite bietet der CD-Receiver-Design. Untertitelung des ZDF, 2020